Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ich bin PommelgeDragonXD und wir sind Luigi und springen komisch abgespackt um den komischen Eisplaneten rum und spacken voll extremst ab und dann springen wir dort in den Stern, wir haben einen Homo-Pilz und dann fliegen wir da drüber zu einem komischen Stern und jetzt machst du Ditz. Oh, es hat Ditz gemacht und jetzt kommt flambierter Eistee-Typ, flambierter Eistee-Typ. Ja, flambierter Eistee-Typ, ja, flambierter Eistee-Typ, ja, flambierter Eistee-Typ, du hast zu viel Eistee-Typ gefressen und Klerasiel Mario wird dich jetzt umbringen. Stirb, Eistee-Typ, stirben, stirb, stirb, Eistee-Typ, stirb, Eistee-Typ, stirb, Eistee-Typ, stirb. Warum versuchst du nicht einfach mal mich zu fressen? Wäre vielleicht mal ein Versuch wert. Äh, mega abspacken, mega abgespacktes Rumfurzen. Nein! Mega extremes, weg, springen! Mega extremes, Pickel aufklatschen. Pickel, stirb, Pickel! Nochmal Pickel, sterben. Das ist der Pickel, tot! Der Pickel ist tot! Der Pickel wird sterben! Der Pickel wird sterben! Stirb, Pickel! Mega pissig! Mega pissig! Mega pissig! Extreme Mega pissig! Extreme Mega pissig! Schon ausrasten? Mega frischen! Om nom nom! Om nom nom! Ausrasten! Om nom nom nom! Tschüss! Kaputt! Aua, ich hab mich an deinem... an deinem Körper verbrannt. Aua! Nein, 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 jetzt Luigi! Stell, schnell, schnell! Ach Mist! Meine Homo Power! Meine Homo Power! Meine Homo Power! Meine Homo Power! Wenn du nicht abrufst, bringe ich dich um! Meine Homo Power! Meine Homo Power! Meine Homo Power! Was zum Teufel habe ich gemacht? Ich bring dich um! Stirbgegner! Stirb! Toter Gegner! Der Gegner ist tot! Er explodiert! Om nom 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 nom! Das war Prinz von und zu! Doppel-Eistee! Prinz von und zu Doppel-Eistee ist von uns gegangen! Er ist einfach an Luigi gestorben, weil Luigi zu stark ist für ihn! Geh mir die Münze! Nein, die Münze ist verschwunden! Da nehme ich mir die hier! Stirb! Haha! Geschafft! Ja! Ja! Extremes Sterben! Ja! Stirb! Stirben gesammelt! Stirb! Stirb! Jetzt hab ich ihn stören gesammelt! Ich hab ihn störren! Jetzt hab ich ihn störren gesammelt! Ich hab ihn störren gesammelt! Jetzt hab ich ihn chỗch audienceig! 120 stich! Nein, von 122 Stich in der Aufnahme mache! Bully Om nom 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 Bruder, hast du lange nicht gesehen Ich brenne darauf, dich abzufackeln Ich merke mir dein Gesicht Und dann fackele ich dich ab Ja, ist die Musik Ja, und jetzt Ein kleiner Cut Bis gleich Opferdehnung Ja, jetzt sind wir wieder An der gleichen Stelle wie gerade eben Und jetzt werde ich mich einfach mal hier In diesem Sternen-Dings drehen Und jetzt sind wir auf dem neuen Planeten Und es müssen Wahlröfe umbringen Nee, es stirbt mal Ich hasse nicht Ich hasse nicht, du bist fett Meinst du das wirklich? Nein, du bist fett Erde kaputt machen Erde kaputt machen Noch ein Eine Röhre Oh no Oh, zum Musikgegner Ja, schießen Ja, schießen Und dort ist schon wieder der Stern Dort, 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 dort Dort, dort, dort баб alle der Ball an euch selbst Stärken extra stammt schweiß Kettenhund du schnitts auch komm her ich bring dich um ja ich bring dich um wo 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 stirbt tot es ist er tot erst mal schnell die Sternenteile einsammeln Wobbelding stirbt Wobbelding Wobbelding ist Matsch ach nee jetzt werde ich nicht die Zeit verplempern naja ich weiß ja ach Mist ich weiß nicht wie lang der Schnitt war hab ich jetzt nicht mitgezählt keine Ahnung den Schnitt schneide ich jetzt einfach raus mach einfach 30 Minuten Aufnahme wird die Aufnahme halt kürzer weil ich den Schnitt rausschneide ich kann nein ich mach 32 Minuten Aufnahme oder so ne also ich hab ja für 4 Minuten gepackt ich mach genau 30 Minuten Aufnahme ich mach ja meist sowieso nililililulung komm mit ja ja da 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 a jetzt geht's wieder mal zur Sturzfluggalaxie ich hasse diese Galaxie deshalb werde ich diese Galaxie jetzt auch ganz ohne Ton kommentieren jaaa kommentieren ohne Ton das macht doch Spaß oder äh sorry ja ganz ohne Ton kommentieren nach diesen nach dieser Herausforderung haben wir auch Welt 5 komplett das ist doch cool und krass oder das ist doch voll toll galaktischer Geschwindigkeit Rekord jaaa dort ist wieder eine Rakete dort sind Flugschiffe von Bowser und ein Sonnenkranz Teil Dingens aber diesmal müssen wir nicht drauf achten in diese Ringe da zu fliegen diesmal kämpfen wir nur gegen den schwarzen Wettflug Wettflug ich bin der schlechteste heißeste Vogel B B B B jetzt sind hier ganz viele Gegner auf der ganzen Stage B WTF naja ich hab gesagt ich werde das ganz ohne Ton kommentieren 3 2 1 0 jetzt hier das ganze ungeschnitten werde ich jetzt hoch laden dann nur das eine da werde ich ausschneiden ti gehört ich bin erster ja wie toll ich bin erster und jetzt mach ich zuerst nicht nach rechts lenken du scheiß Vogel perverslich hier fällt alles zusammen hier fällt alles zusammen und hier sind ganz viele Flugschiffe von Bowser und der Typ ist ganz schön weit hinten und ich muss mich beeilen ich will noch meine Bestzeit knacken und dann schaffe ich nicht aber ich hab den Rennen ich hab das Rennen geschafft also kriege ich wieder einen Stern von diesem Typen es darf nicht wahr sein darf nicht sein ich bin kein Spitzenreiter mehr nicht mehr du bist die neue Nummer eins du brauchst eine Medaille Medaille genau nimm diesen Powerstern abspacken ja aber egal durch die Taktik der Stern anspannte Musik und jetzt spring ich in die Lava und sterb ja la 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 awesome ich regiere die Galaxie ja jetzt regiere ich auch wieder mit Ton ja jetzt kommentiere ich auch wieder mit Ton ich hab nur ohne Ton kommentiert weil diese Galaxie so scheiße ist scheiße ist scheiße ist jetzt habe ich schon 101 Stern das ist wunderbar ich brauche nur noch ganz wenige Sterne dann habe ich mehr als Wehawk hm ist Wehawk wirklich so langsam ja ja auf jeden Fall werden wir jetzt hier diesen Kometen machen ja wir werden diesen Kometen machen blablablablablablablablablablablablablab hebt habt ihr noch immer nicht genug Fragezeichen ausrufezeichen Fragezeichen Fragezeichen ausrufezeichen Fragezeichen hat er gesagt ja ja sie haben noch immer nicht genug aber nein ich nehme nicht Luigi achso doch ich nehme Luigi ist ja nicht auf Zeit hier der sondern urlaub normalen der dritte der dritte Orson Barabbab Bambam ja sterben anwesst du keine Münze ich will kein Ritiko, Ritiko ist zu Ritikoig die Ede die du dir ja Das ist ja eigentlich die letzte, äh, die letzte Galaxie vor Bowser. Wenn man nicht das macht, was ich mache. Oh, Sernan. Komm her, Gegner. Du bist der Letzte. Du bist der Letzte auf diesem Planeten. Du bist der Letzte. Stirb. Du bist der Letzte deiner Rasse. Oh, hier war es gar nicht so schlau, Luigi zu nehmen. Wenn er in die Lava rutscht, aua. Dann bin ich tot. Babadadadada. Babadadada. Babadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad den Leben gewesen aber egal ich bin ja so schlau so schlau Checkpoint wenigstens gibt es bei diesem Kometenmarsch der Checkpoints nein du hast auf dem Boden geschissen mhm ja Cut nein kein Cut aber jetzt wäre der Cut gewesen von der Folge oh ja jetzt scheißt du auf den Boden du bist eklig ach ficken ich hasse es wenn die auf den Boden scheißen ich bin zweimal am gleichen Gegner verreckt das werde ich mir nicht gefallen lassen deshalb bringe ich dich wieder um nein du kackst nicht auf den Boden stirb ha du hast nicht auf den Boden gekackt stirb ach man Luigi kannst du nicht mal höher springen du Arsch du Arschhintern Arschhintern lol ja boom shoot habt ihr noch immer nicht genug boah so knapp neben dem Feuer so ach man Luigi nee hello mean körper nee ich muss dich umbringen Luigi ist schlecht ja bei vielen Missionen ist es einfach mal schlauer Mario zu behalten weil Mario nicht so rutscht wie Luigi okay endlich endlich habe ich diese Mission geschieft ich habe diese Mission geschieft nein noch lange nicht jetzt bloß nicht von diesen scheiß Geistern treffen lassen stirb an Licht stirb an Licht stirb an Licht so jetzt bist du tot ne mhm tja ey so voll leicht du Noob ne 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 ist alles so leicht ist alles so leicht ja ja wenn das einer in den Kommentaren schreibt dann bringe ich den um höchstpersönlich noch ein Checkpoint vor meinem Lieblingsplaneten wo man komisch abgespackt rumspringen kann nein 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 ich muss wirbeln und jetzt sterben so ist er die Toten oh nein ich bin so arm ich hasse diese Typen depp depp ah sterben ah ich hab da immer so Angst dass ich in die reinlaufe tja